Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Hier Spaß beim Zuse wünsche ich. In den legendären Aufträgen der fünften Woche auf Fortnite Chapter 2 Season 7 müssen wir mal wieder von Sloan Anweisungen an einem Münztelefon entgegennehmen. Das gab es ja schon einmal. Willkommen zurück. Konzentriere dich diesmal auf Sunny. Ich glaube sie steckt hinter der aufkommenden menschenfeindlichen Stimmung auf der Insel. Ich weiß von ihr nur, dass sie ein großer Fan dieser Radiosendung ist. Scharfe Scheiben. Höre die Sendung, um ihr Vertrauen gewinnen zu können. Ja, jetzt habe ich mir das angehört. Es kam keine Meldung. Radiosendung. Gut, dann laufe ich mal da oben zur Radiostation. Eventuell war es das jetzt schon oder es geht da oben jetzt weiter. Ja, das scheint es tatsächlich gewesen zu sein. Telefon ist erledigt. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.